Wir haben heute auf der Automatica 2023 in München eine Neuheit präsentiert bei SSP, eine Applikation für Spritzguss-Applikationen mit unserem Wireless-System, dem Safety Simplifier. Bei Spritzguss-Applikationen ist es besonders schwierig, externe Sicherheitskomponenten wie Türen, Lichtvorhänge, Laserscanner oder ähnliches an einer Spritzgussmaschine zu integrieren, anzubinden, abzuschalten. Mit dem Safety Simplifier haben wir speziell eine Einheit entwickelt, eine Euromap 73, eine Euromap 78 oder 67, mit der wir elegant viele Türen, bis zu 16 Stück, an einer Spritzgussmaschine abschalten können. Weiterhin haben wir natürlich unsere Standardeinheiten, wie Sie sie heute schon kennen, von Roboter-Applikationen, von Verpackungsmaschinen und Ähnlichem und die gleichen Einheiten können in Zukunft oder auch jetzt schon mit ihrer Spritzgussmaschine sicherheitsrelevant unterhalten. Speziell die komplexe Welt der Sicherheitstechnik bei Spritzguss-Applikationen haben wir uns als SSP auf die Fahne geschrieben und wollen sicherheitsrelevante Applikationen mit unserem Wireless-System, dem Safety Simplifier, einfach umsetzen. Das heißt, komplexe Abschaltungen, komplexe Verkettungen von Spritzguss-Applikationen mit Robotern, mit Portal-Applikationen sind mit dem Safety Simplifier sehr einfach umsetzbar.